Das neue Herr-Anwalt-Spiel. Wann kommt das nächste Update? Wir alle warten schon sehnsüchtig auf den Tag, wo wir als Herr-Anwalt gegen den Sportlehrer Lascher antreten können. Sonst gibt das eine 6. Doch wann können wir das? Wo bleibt das Update? Wie der Entwickler Yannick schon gesagt hat, dauert es eine ganze Weile, ein Spiel zu programmieren. Und damit es ein bisschen schneller geht, braucht er eure Hilfe. Wenn du dich also mit Spieleentwicklung auskennst, dann melde dich doch bei ihm. Denn wir brauchen endlich das Duell zwischen Anwalt und Lascher KV.